Hallo, Mario Schmidt-Wendling, sisu-training.de. Heute die 116 von 365 mit einer Ankündigung zum allerersten Webinar, was ich halten werde, also ein Online-Seminar, eine Online-Schulung oder eine Online-Vorlesung, wie man es nennen möchte. Und zwar am 7. Oktober, also am Montag vor dem Ironman Hawaii von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und Hawaii ist auch das Thema, nämlich der Weg nach Kona, what it takes, habe ich es genannt, also was man tun muss im Training, im Alltag, im Leben drumherum, um vielleicht auch das Thema Qualifikation für die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii anzugehen. Das Webinar wird gratis sein. Wer sich anmelden möchte, schickt mir doch bitte eine Mail an info.sisu-training.de und ich werde dann umgehend den Anmelde-Link quasi verschicken und ihr bekommt dann auch alle relevanten Informationen. 7. 10. 2013, 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr, der Weg nach Kona, what it takes. Bis morgen, ciao. 10.30 Uhr bis 21.30 Uhr bis 21.30 Uhr bis 21.30 Uhr.